Juhal Mu'minun, oh Believers, oh ihr Gläubigen, Juma Mubarak. Das ist ein heiliger Tag, der Freitag für Muslime. Und wer kommt mit dieser Absicht, Juma zu beten, mit der reinen Absicht, Juma zu beten einfach, der wird von diesem Juma weggehen ohne Sünden. Und frei, frei von uns, mit reinem Herzen. Inshallah, möge Allah uns das geben. Es gibt ein Vers, eine kleine Suche im Heiligen Koran. Auzubillahimina shaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalan sanu lafi khusr, illa ladzina amanu wa amiru saulihati, watawassu bilhaqqi, watawassu bil sabr. Mensch ist verloren, außer er macht Gutes, er tut Gutes. Und er muss festhalten an der Wahrheit und geduldig sein. Möge Allah uns das geben, der Umid al-Muhamadi, inshallah, im Zeichen oder in den Zeiten der Unterdrückung weltweit, wenn Muslime unterdrückt. Und selbst da ist eine Weisheit von Allah, subhanahu wa ta'ala, zu finden. Und die erste Weisheit ist, dass wenn einer nicht der Oppressor, nicht der Unterdrücker ist, sondern das ist schon mal ein Geschenk. Weil die Strafe wird den Unterdrückern nicht entgehen. Sie werden der Strafe nicht entgehen. Sie werden die Strafe erhalten. Wenn nicht im Diesseits, dann im Jenseits. Die Gerechtigkeit von Allah, subhanahu wa ta'ala, wird auf jeden Fall stattfinden. Das müssen alle Gläubigen wissen. Möge Allah uns schützen, inshallah. Möge Allah uns schützen, O Beliebers. Das ist der Heilige Tag von Jummah. Und jemand, der Jummah betrachtet, wird er gezogen. Wenn er mit einer pure und einfachen Intention zu betrachten Jummah, zu folgen die Ordnung von Allah, Almighty für die Menschen, ist eine Ordnung. Und das machen sie. Und sie werden von diesem Jummah mit einem cleanen Herz, inshallah. Und wir reciteden das Holy Koran, was du gerade gehört hast. Und es ist sehr wichtig, zu wissen, und zu halten, diese Zeit der Oppressor und die Oppressed. Die Oppressed sind die Moslems weltweit, man kann sagen. Allgemein, überall. Und wir müssen sie patienten. Und wir müssen sie gut machen, und nicht zu folgen, die Menschen, die schützt sind, die schützt sind. Und sie versuchen, sie zu halten, und zu ziehen, auf ihre Seite zu halten. Und die beste Gift, und die Obvious Gift, ist bereits, wenn du nicht ein Oppressor bist. Vielleicht bist du aber nicht ein Oppressor bist. Das bedeutet, dass du ein Oppressor bist, wäre es, wenn du Gott hierherr Canyon hast, wirst dich jetzt nicht hierherrufen. Wenn nicht hierherheden, also hierher. Aber es ist auch hierherherhender, und mehr schwieriger, mehr hierherherhender. May Allah protecten uns, inshallah. Und wir sind mit guten Leuten, im Wichtigste Weg inshallah.